BOSS da BOSS da Ja ist aber relativ einfach Du musst dich einfach ununterbrochen hier in diesem Gang aufhalten Du kannst doch einfach nur so drauf schießen Ja oder was Oh warte mal Jack sag was Da wird das hier untertitel aber an Ja Ich auch Deswegen höre ich es doch wenn er Deswegen sagt Ich finde das Eis ist geil gemacht Oh je Knuckle Drager This is gonna hurt Ha I like it Oh und schießen Fuck Oh jetzt kommen erstmal andere Bunimons Ja Und ich bin es doch immer gewöhnt dass ich direkt nachlade Wenn ich einen getötet habe Ich habe den mit Nahkampf gewertig machen müssen Weil ich keine Ja ich auch Ich töte ihn jetzt mit Nahkampf Hab ihn mit Nahkampf getötet Leute Die haben alle gleichzeitig gelevelt Ja das ist ein bisschen balancer als in eins Da ist ein Revolver Ich habe eine neue Pistole aufgesammelt Was für eine? Dahl 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 Den hatte ich schon im Single Player Der ist relativ weit Ey das ist eine andere Sniper als die die ich davor hatte Echt? Ja Ich weiß auch nicht Ja habe ich auch Ich kann mich auch nicht mal an dir das bisher erinnern Wieso habe ich das nicht Hast du Du hast ja Code eingegeben Oder hast du auch ein Code Ne den Code Hast du zwei Codes bekommen oder nur einen? Nur einen Ja okay dann Ist irgendwie komisch Das ist wirklich komisch Ich schreib mir den sofort von denen an Hast du auch den Premium Club installiert? Hast du auch den Premium Club installiert? Nein ich habe einfach das Spiel bei Ding runtergelassen Shotgun gehört mir Nee Ich will aber Wir zanken uns vom Ich nehme sie an Und? 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 Wer hat sie? Wer hat sie? Der Aaron Ach nie der Alex Die schaut gar nicht aber eigentlich Ich bin nicht so voll Ja es gibt besser Die nächste Die nächste Die nächste Aaron willst du Willst du dann die Sniper haben? Ja gerne Hier Ich mag die Sniper Ja weil du ja auch gerade die Sniper wirst Auch Das sieht immer aus Ich glaube ich das Visier ist ja Also von außen sieht scheiße aus Aber von innen ist das geil Ja Und auf den Waffen ist ein Gearbox Logo drauf Ja Ich finde eigentlich Aber ich finde die sehen viel mehr gelb aus Ich finde den Den Ladebildschirm wie vom ersten Teil Den hätten sie eigentlich lassen können Aber ich fände den geil weil Die Waffen wie du sie sehen einfach so leicht aus Mh Schneif mal runter Lass es uns springen Wuuu Ja ist das nicht hier der Berg Wo äh Zero auch in einem der Trailer zu sehen ist Ich mein schon Ja Jetzt wissen sie dass wir kochen Das ist schön Ich Quickscope jetzt Ohne Scheiße ist es mir Ich stehe gut Ja Aber die lädt mal richtig Aber die lädt mal richtig Ah Funktioniert Ich habe in Borderlands schon so viele Glitches gefunden Und wie lange hast du es? Äh Borderlands Zwei reichen Zehn Stunden Spielzeit knapp Und Zwei habe ich glaube 100 Äh 1 Hast du gerecht schon gestern um 12 gespielt oder? Ne Ich habe äh Heute morgen angefangen irgendwann Aber ich habe um 12 habe ich es angefangen zu laden Ja Hast du keine Schuhe? Ne Ich habe mal was anderes gemacht Aber das muss man ja nicht so öffentlich sagen Ja Ich glaube ihr wisst schon was mein Jaja Zockt ein Lehrer von deiner Schule gerne? Das Weiß ich nicht so wirklich Gut Ich hoffe für dich das nicht Lutz kommt doch morgen zu mir Alex Was hättest du von Borderlands? Äh Montag ja Ja Morgen Das ist auch für euch Ja Meinen Lehrern würde ich echt zutrauen Dass ich am Samstag vor meine Tür komme Genau so Samstags würde ich ja Jetzt renne er dagegen und verreckt Im Thinkplay bin ich auch dagegen gerannt Ich habe fast kein Leben mehr Na ich bin das erste Mal verreckt als der Claptrap dir gesagt hat du sollst gegen diesen elektrischen Tor laufen nach unten Ich finde die Dialoge so genial Ich finde die Dialoge so genial Aber ich habe den Hammerjäger Ich bin der Hammerjäger Ich bin der Hammerjäger Der ist cool Steht zu tief Cool Der Terminator in all rights Aua 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 Da geht Aua Aua Da geht Aua 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 das hat es zu dir ein leck mich klatschwert Ohohoho WM-Drücker Scheiße Ich komme Ne, es reicht, wenn du erscheinst. Hab schon Reicht, wenn ich erscheine? Ja Echt Dieser Spruch ist so alt, ne? Der ist immer noch genau so schlecht wie am ersten Tag schon da Den hat man unser Klassenlehrer abgelassen Aber ich nehme mal nicht an, dass unser Klassenlehrer gerne Videospiele spielt Höchstens um sie für seinen Sohn zu testen Doch, der hat gespielt früher Echt? Einmal so ein, äh, ähm, Elterngesprit in dem Jahr Da sagt er so... Ja, ähm, er weiß ja auch wie es ist Loll, ach so ja, ich bin gelubelt Ich wundere mich wie der Episode habe ich kommt erst das Leben Ich hab ein Schild, warum hab ich dir keins? Oh, dann hast du das von dem Typen genommen Ja, ich hab da grad was von dem Typen genommen Ach, jetzt komm schon Ich kann jetzt immer nur eine haben, das ist ja mal voll scheiße Ja, das war ja im ersten Teil schon so verbuggt, dass manchmal nur einer bekam Und dann alle drei und dann mal nur zwei Okay, ihr säubert den Ich nehm den Friedhof Okay Ich geh mit dem Friedhof mit Okay, ich nehm den Teich Nein, ehrlich Ist ja beides einfach Okay, ich dachte die Shotgun, äh, die Piste wär gut, aber Scheiße Warte, ich hol dich gleich Ach, das sieht gut aus, was die beide macht Ich, ich bin ja wieder am Leben, ne Warum stoppst du denn? Ihr habt nicht mal wieder geladen Aber wir sind ja hier richtige Teamspieler, ne Ich kill, ich kill einfach den Also heutzutage geht echt nichts ohne Dubs-Zap, oder? Endlich in Numa Ja, ich bin auch mal ran Danke sehr Bitte Hat mir 100 XP gebracht, wie bei Battlefield Das hab ich den Nelsik gekriegt Oh, arktisch blau Arktisch blau Lass mich mal kurz umziehen Wie krass Du kannst ja bei Maya die, äh, die Haare und die Brille nimmst, äh, eines, oder bei, die, in Borderlands 1, da, äh, mit dir die Kammer suchen Tannis? Tannis? Warte mal sagen, dass haben wir hier für Sal Hemmerlock, äh, Fell holen müssen, damit er sich irgendwie was machen kann Dass wir das bei ihm abgeben, weil die Shotgun, äh, war nicht so gut, die ich gekriegt bekommen hab Ich hab jetzt erst ein Schild, oder? Loll, ich hab ein, äh Kometweife bekommen Ja, ich auch Was hast du da auf dem Kopf? Hast du auch das? Warte mal, zeig mal, wen ich gewinne Komm, du untersuchen Ja, wo bist'n, du? Oh, Mann, der ist, wer ist, du? Ich find' den cool Ich hab' mich auch umgezogen Schaut mal, schau' mich an Warte mal, wo ist denn? David, gefall' ich dir? Oh, ja, komm, ich will' ich jetzt sofort hier, Baby Ja, das passt sehr gut, okay, ja Ja, ja, ja Zum Glück hat jeder von Postpupaternomo Das Tor von euch hat auch jeder aufgemacht, ja Oh, danke Macht fünf Euro Ich find' den eigentlich ganz nett Ich find' den ganz sympathisch, heißt ja auch netter Jack Du brauchst das nicht, du brauchst das Tode Oh, ja, Level 4 Ey, wieso bist du jetzt schon Level 4, hm? Du bist doch was, du bist doch was viel schle- Ihr seid doch was viel schlechteres als ich Ihr seid nicht unter- Ihr seid nicht auf meinem Niveau Ich find' die Stimme vom Zero voll scheiße Hier Zero hat mehr oder weniger keine Stimme Hier ist schon klar, dass du trennst David Jetzt nicht mehr Nicht mehr Ich hab' dich getötet 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 Ja, auf jeden Fall, da bin ich dabei Wenn alles gut geht, sollten wir Sanktion innerhalb eines Tages erreichen Was ist sie denn für eine... Ah, 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 ah Ich hab' dich getötet Ich hab' dich getötet Und wir sind heute Und der Sandstorm hat vielleicht nicht den Grundstein genommen Wie bis zum Morgen Ich hab' dich getötet Ich hab' dich getötet